Sarah Wagenknecht und noch ein paar weitere Politiker wollen aus der Linken austreten und eine eigene Partei gründen. BSW, also Bündnis Sarah Wagenknecht, heißt der Verein, der sich nun um Gelder, naja, bemüht, um eben dann daraus eine Partei zu gründen. Bereits zur Europawahl 2024 will man antreten. Übrigens, die Europawahl soll Anfang Juni 2024 stattfinden, voraussichtlich am 6. bis zum 9. Juni. In Deutschland wird am 9. Juni gewählt. Kleine Randnotiz. Und dann steht vermutlich auch die Partei rund um Sarah Wagenknecht zur Wahl. Aber viele sprechen schon seit längerer Zeit davon, dass Wagenknecht wirklich echte Chancen hätte, Wähler von der AfD zu gewinnen. Die AfD klein oder kleiner zu machen. Hier, auch die AfD-Co-Parteivorsitzende Alice Weidel scheint das zu denken. Zitat, Frau Wagenknecht bekommt aus großen Teilen unseres Wählerumfeldes großen Zuspruch, wird Weidel zitiert. Selbstverständlich ist da eine gewisse Konkurrenz entstanden, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Aber was ist da eigentlich wirklich dran? Woher kommt diese Gewissheit? Also, welche Belege gibt es wirklich dafür? Oder sind es einfach schlicht und ergreifend nur Vermutungen? Ist die Wagenknecht-Partei also eine echte Gefahr für die AfD? Und damit willkommen zurück. Und falls ihr Bock habt, abonniert doch gerne für mehr Interviews und Politik-Kontent hier auf meinem Kanal. Ich habe zum Beispiel auch mit Gregor Gysi gesprochen über die Wagenknecht-Situation. Das findet ihr im i verlinkt. Also, dieses Video hier ist auch eine Analyse und eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation und auch der Fakten, die wir haben. Und bevor wir uns mit den Zahlen selbst beschäftigen, kommen hier noch ein paar Informationen und Gedanken von mir zur Situation. Also, Analyse. Also, ob die neue Partei von Wagenknecht, dessen offiziellen Namen wir ja noch nicht kennen, wirklich von der AfD im großen Stil Stimmen entziehen kann, kommt natürlich total darauf an, von welchen Wahlen wir hier eigentlich sprechen und vor allem, wo die Wahlen eigentlich stattfinden. Sind es Wahlen in Thüringen oder in Sachsen oder sind es Wahlen beispielsweise auf Bundesebene oder Europaebene? Denn zu den unterschiedlichen Wahlen und Regionen gibt es eben aktuell ein paar unterschiedliche Erkenntnisse oder eben auch gar keine Erkenntnisse. Hinzu kommt, dass in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten, wenn es um eine Neugründung einer Wagenknecht-Partei ging, dass es dabei eben aber immer auch um Sarah Wagenknecht als Person ging und geht. Aber eine Partei besteht logischerweise eben nicht nur aus einer Person. Und bei der Ankündigung dieses neuen Vereines ließen Wagenknecht und Co. bereits auch durchblicken, dass nicht nur Wagenknecht als Politikerin logischerweise auftritt. Ob sie zum Beispiel bei der Europawahl antritt als Spitzenkandidatin, beantwortet sie sich auch nicht. Also, was ich damit sagen will, ist, dass die bisherige Diskussion um den Erfolg einer Wagenknecht-Partei vor allem davon geprägt war und ist, dass es nur um Sarah Wagenknecht ging und geht. Würde man Sarah Wagenknecht wählen? Ja oder nein? Aber eine neue Wagenknecht-Partei besteht eben aus deutlich mehr Menschen, aus anderen Kandidatinnen und Kandidaten, die zur Wahl stehen und von denen dann eben auch der Erfolg abhängig ist. Hängt also in Zukunft nicht nur an Wagenknecht selbst. Kommen wir mal dazu, was wir genau wissen. Warum sind viele Leute sich so sicher, dass die Partei eine ernste Gefahr für die AfD sein könnte? Darüber habe ich unter anderem ja auch mit Gregor Gysi gesprochen und das sagt er selbst dazu. Wie schätzt er, wie schätzen Sie die Erfolgschancen einer möglichen Wagenknecht-Partei ein? Viele sagen ja auch, dass es der AfD reichlich an Stimmen wegnehmen würde. Wäre das nicht eigentlich sogar was Gutes, wenn das dann wirklich so kommen sollte? Ja, woher wissen Sie das? Ich wundere mich über das Wissen. Ich kenne nur Folgendes. Söder hat versucht, der AfD entgegenzukommen beim Bayern-Wahlkampf vor fünf Jahren. Und da ist die AfD gestärkt worden. Man legitimiert damit die Wahl der AfD. Das ist der Irrtum. Auch Sarah denkt, sie addiert. Sie macht Flüchtlingspolitik wie die AfD, Wirtschaftspolitik wie Ludwig Erhard und Sozialpolitik ein bisschen wie die Linke. Und dann meinst du, da kriegst du Stimmen, da kriegst du Stimmen, da kriegst du Stimmen. Meine Erfahrung ist, du verlierst da welche, da welche. Am Anfang, weil die Medien sie so powern, wird das erstmal eine Erfolgszeit werden. So Europawahl, vielleicht auch die eine oder andere Neuwahl in den neuen Bundesländern. Aber ich glaube nicht an 2025. Aber was wissen wir? Kleiner Spoiler, nicht viel. Es sind alles eigentlich nur Fragmente von Umfragen, größtenteils auch nicht repräsentative Umfragen, Politiker-Aussagen und vielleicht auch Wunsch- oder vielleicht sogar auch Furchtdenken. Aber fangen wir mal an. Natürlich ist ein erstes Indiz dafür, warum eine Partei erfolgreich sein könnte. Auch wie beliebt denn die Parteispitze ist. Also Sarah Wagenknecht in dem Fall. Und ja, Wagenknecht ist seit Jahren schon einer der beliebtesten Politiker in Deutschland. Das ZDF Politbarometer veröffentlicht regelmäßig gemeinsam mit der Forschungsgruppe Wahlen die Top Ten der beliebtesten Politiker Deutschlands. Und da steht Sarah Wagenknecht aktuell zumindest mal auf Platz 9. Seit Jahren schon ist Wagenknecht mitunter eben einer der beliebtesten Politiker der Linken. So oder so. Das sollte Wagenknecht, könnte man jetzt meinen, doch eigentlich beliebt machen, sodass sie beispielsweise auch bei Bundestagswahlen immer ein Direktmandat gewinnt in ihrem Wahlkreis. Nicht ganz. Bei der Bundestagswahl 2017 zum Beispiel belegte Wagenknecht in ihrem damaligen Wahlkreis Düsseldorf 2 nur Platz 3 mit 13%. Weitweg hinter dem CDU-Kandidaten und auch dem SPD-Kandidaten. Auf der anderen Seite aber auch deutlich vor der FDP, Grünen oder AfD. So, 2021 bei der Bundestagswahl stand Sarah Wagenknecht dann nur auf Listenplatz Nummer 1 der Linken in NRW. Eine Direktwahl in ihrem Wahlkreis gab es bei der vergangenen Bundestagswahl nicht und in den Bundestag kam Wagenknecht bekannterweise auch eben nur durch eben die drei Direktmandate, die die Linke beispielsweise auch durch Gregor Gesi holte. Aber was wissen wir noch? Beispielsweise wurde Anfang 2023 im linken Magazin Jacobin auch eine Statistik veröffentlicht, in welcher ein mögliches Linke- bzw. Wagenknecht-Wahl- oder Wählerpotenzial dargestellt wurde. Und ja, schaut man sich das an, sieht man, dass man im Vergleich sieht, dass Wagenknecht wohl ein deutlich höheres AfD-Wählerpotenzial zu haben scheint, als eben die Linke alleine. Und es geht noch weiter. Der MDR hat zum Beispiel Ende Oktober 2023 eine nicht-repräsentative Umfrage durchgeführt mit 27.000 Menschen aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Dabei kam raus, die Leute wollen, dass mehrheitlich Wagenknechtsbündnis bei der Landtagswahl im Herbst 2024 antritt. Okay, klingt ja erstmal gut für Wagenknecht. Zwei Drittel der Befragten sagten das. Zitat, zudem würde es jeweils mehr als jede und jeder Zweite begrüßen, wenn Wagenknecht selbst die Spitzenkandidatin der Partei in ihrem Bundesland ist. Und es geht noch weiter. Es sagten auch zwei Drittel der Befragten, dass sie die Pläne von Wagenknecht jetzt begrüßen. Und je älter die Befragten sind, desto größer ist der Zuspruch. Bei den unter 30-Jährigen ist gut die Hälfte eher positiv gestimmt. Bei den über 50-Jährigen sind das etwas mehr als zwei Drittel. Und die positiven Nachrichten reißen wohl nicht ab. Denn jeder Zweite Befragte, also 54%, sind auch gute Chancen für das Wagenknecht-Bündnis, sich langfristig als Partei zu etablieren. So, das große Problem ist aber, die Ergebnisse der Befragung sind eben, gerade eben schon kurz erwähnt, nicht repräsentativ. Wenngleich statistische Merkmale wie Bildung, Geschlecht und Alter beachtet wurden. Außerdem, ganz wichtig, diese Befragung von vorhin, vom Jacobin, aber auch diese hier, das sind keine Wahlprognosen. Sie zeigen, in Anführungszeichen, nur das theoretische Wählerpotenzial. Zum Beispiel gab es auch im Sommer 2023 eine Umfrage, in welche rauskam, dass eine mögliche Wagenknecht-Partei stärkste Kraft in Thüringen werden könnte. Aber auch diese Umfrage aus der Vergangenheit, das sind Wählerpotenziale. Solche Umfragen, die oftmals obendrauf auch nicht repräsentativ sind, können nur anzeigen, wen eine Wagenknecht-Partei möglicherweise erreichen könnte, wer vielleicht dazu bereit wäre, diese Partei zu wählen. Außerdem, Zitat, Es ist also eine Bestandsaufnahme der Gegenwart. Prognosen auf der anderen Seite sagen die Zukunft voraus, Zitat, Sie sind eine Schätzung, was das Ergebnis sein wird. So, mit diesem Hintergrundwissen, mit diesen Informationen, muss man sich da noch andere Umfragen anschauen, wie zum Beispiel eine aktuelle Umfrage des NDR. Ja, denn auch die wollten schauen, von welchen Parteien könnte eine Wagenknecht-Parteiwähler abknöpfen, sozusagen. Wirklich von der AfD. In dieser NDR-Blitzumfrage nahmen 3500 Leute teil, aber das Ergebnis auch hier ist wieder nicht repräsentativ. Auch wenn sie hier, Zitat, nach den statistischen Merkmalen Alter, Geschlecht, Bundesland und Schulabschluss sich gerichtet haben und das sozusagen aufgewogen haben. Der NDR kommt zu dem Schluss, dass, Zitat, zumindest in Mecklenburg-Vorpommern das größte Potenzial zu liegen scheint, von der AfD Wähler abzugreifen. Auf die Frage, welcher Partei die Bewältigung der großen Aufgaben zugetraut wird, sagten in Mecklpommern 18 Prozent Bündnis Sarah Wagenknecht. Im gesamten Norden Deutschlands wiederum nur sechs Prozent. Also hier ist auch wieder die regionale Frage nicht ganz unwichtig. Außerdem stellt der NDR fest, dass BSW in Mecklenburg-Vorpommern Wählerinnen und Wähler zulasten der AfD, gefolgt von CDU und SPD, gewinnen könnte. Die Linke scheint kaum an Wagenknecht zu verlieren. Aber auch hier zeigt er Wählerpotenzial ab und nicht definitives Wahlverhalten. Genauso wie bei Wahlkreisprognose.de. Hier wird einer Wagenknecht-Partei ein Potenzial von 10 bis 14 Prozent bundesweit attestiert. Dennoch, Potenzial abzufragen ist nicht das gleiche, wie nach der tatsächlichen Wahl zu fragen. Vor allem auch dann nicht, wenn nicht klar ist, wofür die Partei überhaupt steht. Das ist natürlich noch überhaupt nicht klar. Und ein Punkt, der meiner Meinung nach größtenteils unterschlagen wird. Wofür steht die Partei am Ende? Was ist das Grundsatzprogramm? Was ist das aktuelle Programm für eine Europawahl? Für das Bundestagswahlprogramm? Für eine Landtagswahl? Wofür steht die Partei eigentlich? Denn aktuell fußt alles auf Sarah Wagenknecht alleine. Unterm Strich muss man zusammenfassen, wir wissen tatsächlich zu wenig darüber, wie Menschen wählen würden bei einer Europa-Landtags- oder Bundestagswahl, ob sie denn wirklich von der AfD weggehen würden zur Sarah-Wagenknecht-Partei. Es gibt möglicherweise Potenziale, aber die Umfragen, die wir haben, sind oftmals nicht repräsentativ oder eben nur eine Bestandsaufnahme, vor allem von Zeiten, wo wir noch gar nicht wissen, welche Inhalte einer Sarah-Wagenknecht-Partei beziehungsweise einer Partei, wo sie Mitglied ist, die ja nicht nur alle Inhalte umfasst, die sie selbst möchte, sondern vielleicht dann noch andere Standpunkte vertritt. Diese Umfragen, die haben das noch gar nicht eingeschlossen. Also, wir wissen tatsächlich noch viel zu wenig darüber, was wirklich passieren könnte und deshalb sind viele Dinge eher Vermutungen und Mutmaßungen darüber, wie Sarah Wagenknecht in Zukunft abschneiden könnte. So, und hier links geht es weiter jetzt mit Gregor Gysi. Schaut euch das unbedingt an. Danke euch fürs Zusehen. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr dann abonniert habt. Also macht das gerne. Euer Marvin und bis dann.